Mein Name ist Joel Raut. Ich arbeite bei Antritts-Separation. Ich bin seit 2008 im Unternehmen. Ich habe zunächst ein duales Studium gemacht Richtung Maschinenbau und nach dem Abschluss meines Studiums habe ich hier dann direkt als Verfahrensingenieur begonnen. Als Verfahrensingenieur haben wir die Aufgabe, Versuche durchzuführen im kleinen Maßstab und auch im Pilotmaßstab und dann die Auslegung für die Industriemaschinen zu machen. Besonders Spaß macht mir bei meinem Beruf die Abwechslung. Zum einen der praktische Teil, die Arbeit mit den Maschinen und im Ausgleich dazu die Bürotätigkeit, entweder hier in der Firma oder von zu Hause. Neben dem Beruf ist es mir wichtig einen Ausgleich zu haben. Hier ist insbesondere der Sport für mich sehr wichtig, um abschalten zu können, sich genauso wie im Berufsleben zu konzentrieren, zu fokussieren, die Route zu planen und die Herausforderung dann erfolgreich abzuschließen und letztendlich dann seinen Weg zu finden, genauso wie im Berufsleben auch. Entweder noch mehr in diesem Bereich oder dieser Gäste, älter dich, und jetzt in einem neuen Bereich mit dem Berufsleben und dennoch poolen Einiges betreffenes餅! So, ein Mensch! Einiges betreffenes. Einiges betreffenes. Das ist, dass wir ein Mensch mit dem Berufsleben konnten zu erinnern, woanders in diesem Bereich ist. Untertitelung des ZDF, 2020